Ja, ist mir egal was du nimmst, Hauptsache ich kann mich dann, falls die Drohne und Chargen hinter dir zurückfallen und du pustest alles weg. Verstanden. Because sometimes we know what we are doing. Aber Judd, sometimes. So, in two ranks, fall in. Komm bitte beim First Sergeant. Hier stehen die Pots im Weg. Ja, Entschuldigung. Right, right. So, in two ranks, fall in. So, Keef, bei Fuß. Das fühlt sich, als ob du relaxst unter einem Baumtree. Nice job, 51st. Ja, jetzt haben wir die erste. Danke, Captain. Nice job, 52nd. You guys taking Artilien? I know, Artilien. I presume? Oh, wait, ist der Artilien? Ma, 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 ma. Oh, yeah, I have two batteries on this. So. Keef ist auf Toilette. So, do you have Artilien, oder? Keef ist auf Toilette, oder? Yeah, wir do. Keef ist auf Toilette, oder? Do I have a beard? So, maybe one Artilien piece leaves the Shade section, and the other one for the part, they're all over. Your mic is hot mic'ing. Well, this is a genuine question. I don't actually know, how useful is the Artilienry piece facing that one? Very useful. With chemistry? Yeah, when they're charging over, um, the redout, there's a power pack. So, we, we have three guys, so I would like to aim for the lower parts. Have we got two batteries then? Yes, we have. Yeah, we have also one small cannon. Alright, turn like Artilien. Alright. Turn like Artilien. I shit you not, on the event of these maps, we vaulted the, uh, power fits and installed Thank you. Um, shall we form a third unit again? Sorry? A third unit again? Tension company! Take it off. I said tension company! 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 My question was, uh, if we should form a third unit again? Uh, with our Arti gone, that will be pretty difficult. I think. Okay. Or, I think it might be good to, uh, keep together. Like, if we really have to split for some reason, maybe. Or, did you have any specific one rack on my left? Well, uh, to take the upper part and let me and my boys, uh, take the lower part. Because we have rifles. On the... Yeah. On the flat, uh, we can shoot a little bit better. You want the Arti to do the same then? So, your Arti fixes, uh, down there and we fix the stuff up there. If it's fine for you. Ah, that sounds good to me. Okay. Uh, yeah. Then, I think we are done. Good luck, 52nd. Yeah, good luck, 51st. Phil, Koki, Meyer, to me. Ah, so. You've heard it. I've heard it. I've heard it. I want you to have a second. We have, if they're behind you, they're in the ass. And if they're charging us, I want you to be ready with the canister. Yeah, we'll take the 12th pounder. Yeah, it's me egal, what you'll take. I can, if they're charging us behind you, and you'll get everything out. Why do Germans sound like they know what they're doing? Because sometimes we know what we are doing. Babajat, sometimes. Hey, Lieutenant. Yes. You heard the agreement I made for you. Yes. I can't see how they're turning around. I love Germans. I mean, there's nothing. Young, I'm turning around, I guess. Parallel? 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 Like, if they all go there, obviously you can turn around. We'll see how it goes. If I may step internally, we had a very great experience with having the artillery piece in the 2nd or 3rd line. So when they are charging over this part, I'll let them feel the canister. Okay. And then the infantry is a little bit behind and get them the 2nd volley. That's something which sometimes works very well. But maybe you have to make your own experience about it. We'll see what works. Yeah, or do whatever you want to do. That's just what we've experienced so far. We should thank you. Good luck to you. Mr. Bravestore. Do you remember when we stole the Confederate battery? What? I'm sorry, sister. Well? Do you remember when we vaulted over and stole the Confederate guns and dragged them down to the fence? That sounds happy. I don't know. No, just listen to that. We can do that? Awesome. Maybe we can do that. Good luck, boys. Let's fly. Let's go to my man. Yay! Oh my god. He's so happy. Love you for these again. Damn. We just got ghosted. Whatever. Ha ha. Weird. Good luck. We haven't heard yet. We haven't heard yet. We haven't heard yet. What? You want to defend here? You said here, right? Right. 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 So you didn't see it. You can be in place. Well, you didn't see it. You can see it. ich glaube die kommen über rechts wahrscheinlich mit komplett ja muss glaube ich ein bisschen nach links schulter 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 euch auch euch auch prepare to hold prepare to hold hold so hier hast du jetzt auch trotzdem guten Blick über die Flanke ich guck mal kurz von da oben auf der Seite auf der Seite kannst du sehen? ich stehe nach vorne nach der Henniglitz Richtung Südwesten eine Fahne ein D-Dies sie kommen beide Legen kommen ich gehe auf der rechten Seite Gabbadi 50 Sekunden und right face 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 and double cake for it march and double that's it Eine ganze Fraktion kommt unserer hinweg. Kampenheb, prepare to hold. Prepare to hold. 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 Front. Front. March. Prepare to hold. Hold. Ah. Irgendwie doof. Right face. Right face. Right face. Front. Front. Forward. March. Forward. Silence. Back ready. Take aim. Take aim. Take aim. Pack. Das muss man nach hinten? Ich muss meinen. Wertvollen Hintern schützen. Ich beschütze. Verliegen. Die ziehen ab nach links. Hört! Rüber über die Redouten, Fire-Dweel. Käpt'n nicht nach rechts, nicht nach rechts. Könnt auch ein bisschen hier rüber kommen, hier ist auch ein guter Winkel. Nach links zu den Kaisons auch. Kann mal einer die Fahne hier aufnehmen versuchen? Oder? Vorne von den Interienern. Richtung Südost. Wenn das nicht klappt, dann müsstest du da mal langsam raus. Oh shit! Du stehst in der Kommune. Jungs rühren, vereinzelt genau Richtung Südost. Unten bei der Artillerie, die chargen jetzt erstmal weg. Charge, Bayonet. Ich kann nicht vor. Charge! Charge! Runter, runter, nicht nach rechts. Counter Charge! Heiter Stand! Heiter Stand! Komm her! Heiter Stand! Drück Tee! Ah, was soll denn das? Tee zurück können. Schnüppeln sie tot! Rinder! Ruhig dann. So, das macht sie fertig. Dann abbrechen, hochchargen. Du Beine nicht drauf. So. Gut, wenn sie tot sind, dann wieder sammeln hier. Das gilt auch für dich, Luis. Und das nächste Mal triffst du, wenn du dir schon sowas erlaubst. Ja da. Endlich mein Bayonett drauf. Ich bin gleich weg. Boah, mein Bayonett. Ist das alle von uns? Anyone else left? I think this is just us. 51st. One rank. One rank. Oh, watch out. Sie remain in der Artillerie. Die treffen nichts. Bewege dich mal nach links. Die Artillerie ziehe ich hier rein. Okay. Zwei Scouts zu mir. One rank. One rank. One rank. Ah, one rank. Five for right march. Add a double march. Add a double march. Add a double. Add a double. Ihr bleibt hier, damit ich nicht die spawne. Ich muss es aber... Es fehlt ein zweiter... One rank. One rank. Was? Es fehlt ein zweiter Scout. Es fehlt ein zweiter Scout. Ja, ich bin ja da. Okay. Ah, der reicht aber nicht. Ah, wir müssen zurück. Okay. Ich bin hier wieder in Skirmishing. Nein, ich bin hier in Skirmishing. Okay. Okay, äh, 51st. Ja. Es ist eine Unit, äh, unter dem Baum, nach dem Südwesten. Die Artillerie schaue für dich. Und ich bin nicht sehr sicher, wo der Rest ist. Vielleicht sind sie unter dem Baum. Ja. 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 Fink. Fink. Schau mal unter den Hügel. Ja. Reinforcements. Hold in. Hold in. Oh, nice. Oh, nice. So, Livington, uh, there's one Unit, uh, under the tree, reforming. Alright. We have a joint scout team from us, taking a look under the veil, as the artillery aims for you. Perfect. Kapitän Westen, Südwesten, Leer. Okay. Have they hit us behind this barricade before? The enemy Artie? Uh, yes. Yeah, we, we lost, um, uh, a few moments ago. Company left. Left and left. Left. Forward. Sus. Okay. She's back. Hold. Hold. Front and kneel. Front, kneel. She's in there. She's in there. Oh. Oh. Schade. Captain, we're not on the line. Just in case if they hit us, uh, stand up. Nah, it's in this commission. Passed, all's good. Right. Rise. Stand up. Stand up. Get the flag to the company. Oh. Alright. Uh, you may have to send scouts, uh, to the west, uh, that's it. Oh, we don't have any more? No. Uh, right, let's see. Heels. Go for Manfred. Take private Leapunk. Scouts, same as before. Yes sir. Eh, mach mal Meldung an Keef. Er soll sich bitte noch mal rechts dort aufstellen, wo wir gerade eben waren. Jawohl. I'm sorry, wait. Wait, did we go so? Eh, same as before, so down to the west. Yeah, they are, they are coming. Down to the west. Company right face. Right face. Forward, double quick, march forward, double quick. Back up right face. Double quick. Ich übernehme. Im double quick. Im run. Run, run, run. Donkorb. Oh, what? Does that happen? Ready, fire. Ready, fire. Ready, fire. Wind. EPL, fire, fire. Flank, March. Firewheel, hold. Firewheel, firewheel. Firewheel. Firewheel, 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 firewheel. Okay geht wieder zurück in Deckung, zurück in Deckung. Den Braten haben sie gerochen. Hört ihr mich nicht? Doch. Wieder rüber. Zurück, zurück. Zurück, zurück. Die Chargen uns. Ja, offizieren. Ja, ich bin leer, verdammt. Wir bleiben hier in Deckung. Oh, Rückzug, oder? Richtung, passt. Käpt'n da. Okay, kann mal jemand? Oh, warte mal. Oh, shit. Händler. Job. Trail, ja. Put in, put in, put in. Let's aim, I'm going to shield. Was macht ihr? Counter-Auto-Debue, oder wat? Ja, wir setzen die ganz Gute halt runter. Druck, dass sie nicht hier reinrücken können. Da kannst du. Und Sark, dann wird geschossen. So, hier mal in 2 Ranks. Folgen. Weg, nach Norden gucken. Ja, ja, ja. Wir sind ja wahrscheinlich immer noch. Whiteface. Da kommt jetzt die Verstärkung. Whiteface. Double. Und... Take cover. Fire the wheel. Take cover. Fire the wheel. Take cover. Boot durch den Protzen. Sucht durch den Protzen. They're still there, so... Take cover. Go for it, go for it, go for it. Go for it, go for it. Halt euch auf. Halt euch auf. Rechts ist auch noch Platz. Blacksmith, rechts ist noch Platz. Sucht durch harte Deckung. Harte Deckung. Südwestwesten. Getschmer. If absolutely necessary, you switch to K. And we can rise to death seat. No, there is all three inch. Plykers, they die si wie ein Mann. What? Schön zusammenbleiben. Getschmer. After the Peter. Just on our right. Got the blood. If you can't pair this Limbo at least. Three inch. In case all of this are three inch. For all three inchers. Ach. reviewing the metal. Mach es los. Take care. Nochmal. Du hast das mal kurz in den Griff, Kiev. Latten! Ich leih mir mal deine Artillerie. Kommt mal mit. Ramp! Mit Geschütz. Hier sind genug Geschütze. Hör mal zu. Dieses Geschütz, da was schönes rein und da drunter in die Kurve, da stehen sie ganz eng. Alle die rechts stehen, ihr seid das 1st Platoon. Ihr bleibt stehen. So, es ist mir nacht. Wenn ich besser kenne es dann, wenn da die Linie steht? Nein, die haben ja dort teilweise Deckung. Ich sehe nichts mehr. Ich dachte jetzt, dass da die rechte Linie einfach steht. 50 Seconds zu mir, zu mir, zu mir. Die kommen rüber rechts, zu mir. Nein, 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 wir schießen noch runter. Bereit? Hinten? Ja, da kommen sie. Nach der Linie. Feuerwehrwehrwehr. Auf die Schanze. Keira. Ne, die. Nein, ich bin da. Nein, die ist noch da. Nein, die kommt mit der Artillerie. Die kommt vor der Artillerie. Verteiligt die Artillerie. Verteiligt die Artillerie. Verteiligt die Artillerie, Jungs. Verteiligt die Artillerie, Jungs. Ich verteiligt die Artillerie, Jungs. Sie sind fertig. Uh, Captain, das war knapp. Ihr sollt rammen. Ram! Ram! Verteiligt die Artillerie. Ruhig, Jungs. Verteiligt die Artillerie. Einfach neben der Kanone stehen. Die Treffeln. nicht vor die geschütze nicht vor die geschütze morgen andrew stierwascher empling bleibt ihr unterstützt der rechten flanke also bieg ja wohl wieder kommen wir haben den kämpfen ja mit dem guten sogar links wieder nicht sollte gleich das gegenteil beweisen das weißt du ja ich weiß ich okay du zielst nämlich sehr interessant alles freundlich gerade voraus ich weiß ich mach mich doch mal bereit einmal wieder sammeln bei mendes sauerung guter arbeit meine herren guter arbeit sehr gut das ist die rache für gestern unterlassen steht er dir kommt jungs rein 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 röscher du bist so leise bei mir auf die redoute vor uns so dass sie genau doch am besten schon fast abbreitet ja ja da waren die italiener mal wirklich eine gute hilfe ausnahmsweise machen vor allen dingen haben wir schon das nicht hören aber zum glück haben die schrotflinten ok das läuft hervorragend mit der 50 first das macht einfach spaß mit dem ja das ist einfach geil mit dem also kämpft wenn wir sollen wir jetzt hier oben bleiben und weiter rechts abdecken oder sollen wir runter hier seid ihr geladen und bereit dann könnt ihr wieder runter gehen an die konter artillerie sobald hier oben aber wieder männer sind kommst du wieder hier hoch verstanden schade dass wir nicht abziehen können genau ihr habt einfach nicht das nötige training um an einer schnur zu ziehen nein nein die intelligenz genau zwei scouts die atm noch einer start zum kappten ich habe mal mit bleibt mich hier kiev ich vermute mal dass die wieder über rechts kommt falls es anders ist es selbstständig nach links ja ja schmidt was fällt ihnen auf wenn sie nach rechts schauen kiek einlas kiek einlas ja schaar und private leaphunk same thing hello there hi gar nicht ja 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 ich kann gut ich kann gut 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 hier ich denke es ist ja das ist kein klar ja ja Voluntary V, Kreidress Meldung an Keefe, er soll nach links verlegen Ja, was ist das? Voluntary V, Kreidress Komm an, was ist das? Ich bin nicht bittig Meldung an die Artillerie, unsere, die soll sich auch mal nach links ausreiten, da kommt keine Truppe Verstanden Süden ausreiten Am ich nicht wirklich sicher? Ich habe nur Blut zum Westen Enderzone, Rückramp, Kreidress Komm an Es könnte ein Bait sein Ich versuche sehr schnell mit ihnen Ja, das klingt gut Wir müssen sehen, wie viele die resten sind Okay, good luck, boys Hallo Hallo Turnings Graf, Scott, du riechst Ich weiß, ich bin, danke Sofort Der Riechstück Prepaired Prepaired Bei Kompany to Line March Bei Kompany to Line March So, und ihr seht vor euch, gleich fein Ho Ho Hey, ready, gentlemen Sind sie nicht weiter links? Wir sind viel weiter links, ganz weit links hinter dem Haus Kapadie Ja, ich stehe aber direkt vor uns Direkt voraus Oh, ja, direkt voraus Tschüss, tschüss Ja, Kommensfeier Kompany, Kompany, ready Feuer Recht oben ist eine Einheit, geht nach rechts Große Einheit Link ist Platoon, sieht nichts Links kann nicht wirken Ich glaube Link ist gleich wirken Achtung, gehen auf links Second Platoon, take Wir gehen über die Weite, links Äh, Second Platoon, Beifahr Left March Beifahr Left March, Second Platoon Ich nehm das Second Platoon mit, Second Platoon mit mir Second Platoon, Recover Second Platoon, Captain Hold, Front Hold, Front Achtung, die Chargen gleich, ich hoffe ihr habt Canister oder sowas Find Will Find Will Find Will Find Will Wir haben Scheldet Komm ins Wir haben da drin noch Kempister Kommt Jungs, schießt Sieg noch mal Einheit, Captain Nicht auf dem Feld, sondern direkt nach vorne fahren Direkt vor uns Da Direkt vor uns fahren Schön macht ihr das Gut Jungs, schön Zielt jetzt auf die Gruppe, die da hinten noch läuft, die will uns umlaufen Dort Auf den Lumpen Ja, okay Weiter Schieß auch wieder unten Ja, genau Und start Sehr schön Zees fire Zees fire Zees 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 Left face Left face Im Double Quick Fort March Ich hole einen Canister, die treffen mich eh nicht Run 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 Und hier hinter dem letzten Case Take Cover Take Cover Hier Und Fire Will Ja, das machen die Okay Richtig Nord Richtig Nord Da kommen sie Alles klar Ihr war ein bisschen zu Ich hab jetzt einen Canister Ah ja, sehr gut Dann müsste die Reichweite so stimmen Canister, ja? Jawohl Vereinzelt Ich denke, ja Ich denke, ja Okay, dann mach Pickup Spike, gib mir einen Grad nach rechts Ramp Ein Grad nach rechts Ein Grad nach rechts Left face Lade fertig Left face Ich geh nicht zur Don'tUR Charge! Charge! Ramp OHHHH Oh, der Charging Ich bin Ich weiß Ich weiß, dass ihr nicht reloadiert sind Das ist, warum wir Charging Kann ich mal bitte einer abstechen? Nicht mein Captain, vergiss es! Hey, komm zurück! Sie ist charge! So. 50 Sekunden, zurück nach Nintendo Keef. Alright, Squad, folgt mich. Yo, wo ist der Captain? Wir schließen uns wieder O'Keef an. Ich seh die Fahne, ok? Ja, was auch immer hier ist. Feind Anhalt, Süd-Süd-Ost. Nur noch vier Mann mit Fahne. Und eine Richtung Süd, ne? Die Fahne dort. Wir sind aber hier direkt der AT ausgeliefert, Captain. Spielt wieder da. Kam schon ein Artillerietreffer rein oder was? Ja, ja. Bitte doch. Ok, bisschen auffächern. Fahne tot, warte, ich hab mich. Fahne aufnehmen. Spike und zehn Grad nach links. Komm her, Feenchen. Komm mal hier, der hat die Fahne erricht. Komm mal hier, ein bisschen zu mir nach oben. Schifftet. Oben, Schifft nach rechts. Hier zu mir. Oben, Schifft. Oben, Schifft. Oben, Schifft. Schneider, ein bisschen nach rechts. Schön in Deckung gehen. Mach ich. Ich lade hinter den. Da seid ihr über den und könnt ihn gut treffen. Hier ist auch sehr schön. Die zwei Querprotzen sind auch sehr nett. Captain Sir. Hier die zwei Querprotzen sind auch sehr nett. Captain Sir. Was? Ja? Ah, ich seh's, ja. Große Einheit links. Äh. So, wieder da. Große Einheit über links gleich wieder. Okay. Äh, die Italiener verlegen. Ja. Oh, meine Fäße. Jetzt geht's los hier. Äh, ja. Vorletzte Schild. Achtung, die Schilder. Ja. Jetzt Ruhe. So. Fire by Company. Auf die Große. Okay, äh. Fire by Company. Da kommt gleich die Große Einheit über links. Die musst du mir weghalten. Guck, siehst du sie? Komm. Da kommt sie. Da kommt sie was auf dem Feld. Mitschipped. Mitschipped. Auf die Einheit im Aufnehmen. Feier. Auf die Feld. Schöne Treffer. Ist schon alles unter Grund vorliegen. Ja, was ist auf die auf dem Feld. Pass auf, dass wir mit Information stehen. Bleibt Information. Das sind trotzdem noch viele. Äh, fix. Nach dem Nachladen fix, Bayonet. Alles, wenn ich hab, Bayonet fixen. Okay. Und verteilt euch auf die Protze von O'Keefe und mir. Habt ihr schöne Entdeckung. Und fire also. Und fire also. Fire and wave. So, jetzt sind wir wieder hinter dem Dauphin. Italiener wurden grad von der Arte getroffen. Ein Stück zu weit, load K. Alles gut, Mike. Boah, K. ist da, oder? Ja. Nein. Oh, shit. Detachment. Vollend. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Bleib, bleib stehen. Bleib stehen. Second Lieutenant. Bisschen den Rauch wegziehen lassen, Jungen. Oh, shit. Oh. Die didn't say stop the living. Okay. Verlegen weiter nach rechts. Jesus. Second Platoon bei mir. Äh. Feuer hat alles, was nach rechts läuft. Ah, ne. Schieß noch weiter. 50 seconds. We got you covered. Die arbeiten sich langsam vor. Ja. Sobald die auf... Sorry? Sorry. We got you covered. One brave Scott aim it. We are on your way. Okay. Ja. Verstanden. Alle links von Luis. Hinter die zweite Protze. Los, los, los. Die Artil rüber schießen. Ready. WePI belongs. Weg dort vorne! Jetzt! Weg da vorneANG! Weg 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 weg! Wo soll ich denn wissen, wo der verdammte Louis ist, Mensch?! Wir laufen Katlister! Ist doch alles gut, bewegt dich einfach weg! Fired, Will! Fired, Will! Artillerie schreit mich an, ich schreie auch euch an. Und du schreie die Privates an. Richtig, weil dann schreit der Private und dann schreien wir, dass er auch nichts zu schreien hat. Das war's. Die Trockner Theorie, Captain. Sehr schön, das war die Fahne. Wir haben ein paar Leute hier rechts von uns gerade. Second Platoon oder irgendwas, was sich als Second Platoon fühlt mit mir da drüber, an die Protzen, äh, an die Redouten. Fight Will, Fight Will, ich hab nicht mehr Glan, ich fade ihn. Zieh sie zurück, Captain, zieh sie zurück hier. Okay, okay. Gehen sie nach links runter? Ne, ne, gehen sie nach links runter. Okay, perfekt. Bleibt gleich hier, hier haben wir einen schönen Feuerwünkel, glaube ich. Ja. Nehmt Deckung, nehmt Deckung. Italiener gehen hier über rechts vor. Perfekt. Ach, weißt du was, da gehen wir mit. Bayonete drauf. Die Sekunde, wir brauchen mehr Leute drüben. Okay. F.A. ist nach links. Sehr gut, da geht mit. Gehen wir zurück. Italiener geht zurück. Okay, okay. Bleibt hier, nehmt Deckung, nehmt Deckung. Die kommen gleich raus, komm gleich raus. Ach, da steht ne Leiche im Aufgang. Ne Schulz steht im Aufgang. Oh shit. Nach links, nach links verlegen. Ach, leh. Ach, leh. Ach, leh. Ja. Hinter, 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 hinter. Geschützt. Geht's klar. Hinter, hinter geschützt. Hier haben die letzten, oh. Da sind sie. Hier haben die Protzen, verteiligt die Artillerie. Sheesh. Charger! Kann man den Offizier da hinten links erschießen? Achtung, Käpt'n hinter ihm! Fahne aufstehen! Ah, das waren nicht unsere! Sorry! 50 Sekunden, Romy! Romy, hier hinten! Bleibt hier unten, bleibt unten, bleibt unten! Und dann einmal hier sammeln! Überblick stoppen! Die sind alle tot! Außer auch ganz unten, die Mutter! Ist das grad die Ker? Oh ja, da gehts grad wieder! Bei Mendes dann sammeln, sobald ihr geladen habt! 2 Ranks, roll in! 2 Ranks, roll in! Aber ganz schnell bitte! Zack, 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 zack! Zack, zack, zack! Zicke, 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 zicke! 10 Yards! Charge! Oder fight will, fight will! Nein, hold! Fight will, fight will! Fight will! South East, South East! Fuck! Where the fuck am I? Hey, war schon richtige Kacke! That's all, that's left of the 51st! Ähm... Oi, I survived! Troy, where you at? 50 seconds! Seas fire! Seas fire! Right face! Ladet noch fertig, aber ladet noch fertig! Seymour, get over here! Sollen wir uns hinter ihn aufstellen? Ja! An die Kleine hinter mir bilden! Okay! Aim! Double quick! Forward! March! Wir versuchen irgendwo uns hinter die Artilität zu stellen und den Cap Point gecapped zu blöckieren! Okay! Das ist ein Cold Pocket! Das ist ein Cold Pocket! Nein, das ist ein Remington! Ah, ist okay! Ne, doch! Ah, verdammt! Hier Deckung! Oh mein Gott! Gott, was war nochmal der Plan? Na, wir kriegen noch was der von hinten! Na, wir kriegen noch was der von hinten! Na, wir kriegen noch was der von hinten! Ja, die Case ist da! Das ist ein Lach! Wir sind ein sehr gutes Ziel für die Artillerie! Gerade! Fahne aufnehmen! Kommt Jungs, das ist richtig viel! Ja, Achtung! Wenn ich panisch schreie, dann hübsen wir wieder zurück zu den Kaysons! Da haben wir, glaube ich, ein bisschen besser Dreckung! Ich kann! Fuck! Achso! So! Wer sich als 2nd Platoon identifiziert, mir nach! Und hier halten, Fired Wheel! 2nd Platoon hier, Fired Wheel! Ahm, Gold! Fühlen sich aber viel als 2nd Platoon! Nice! Nachleine-Bug! Bezahlt! Direkt der zweite Schuss! Mit der Herr! Ja! Super! Hehe! 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 Kommt! Nach links hin! Knie-Tänseln nachlassen! Rücher, komm zurück! Wir sind durch die Artillerie! Ciao! Ja, da kommen die gleich! Die sind da! Das ist der Feind! Das ist der Feind! Das ist am Chargen! Die Chargen! Ja! Da finden sie! Behind us, Grace! Ja! Halt's face, guys! Welcome, Reds! Oh, don't reload! Die! Me! Ach, das ist unsere da vorne, ne? Ja! Den renn mal schnell hinterher! Ah! Wobei es reicht nicht mehr! Ne! Ich muss sie auch alleine schaffen! Hehe! Müsste da einer kommen und dann... Ja! Wir nehmen da die Fifty First mit! Oh! Da ist viel Fifty First! Ich glaube wir schließen uns der Fifty First an! Ja! Aber uns Jungs werden jetzt mal ein bisschen Zeit kaufen und die anderen haben einen viel längeren Spawn-Weg Das ist gerade so... Ja, da kommen wir wenigstens... Ah! Der cappert hier, hält ihn sogar! You can come with us! Okay! Come over 4! Ja, komm! Alalalalalalalalalalalala! Savoyah! F***ing and country! Oh, we're capturing it! We're playing hold fast! Good job, Fifty First! Thank you, enemy! We're trying our hardest! Wo sind eigentlich meine Jungs? Wir sind rechts, 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 rechts! Ah, okay! Wir sind abgegangen, Sir! Ja, ja, wunderbar! Mach es kaputt! Halt! Nachladen! Position halten! Ich verbiete euch zu sterben! Degradiert! Halt! Nicht sterben! Halt! 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 Gott dammit, I was gonna lock him in This is so fucking confusing, I don't understand what's happening Let's just grab a Napoleon from... Hey, where's the 3-pounder? Achtung vom Schied nicht, ich komm mal ein paar... I mean, I think it's kind of loud Because there are batteries doing that Achtung von ganz rechts, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht I'm new, oh, don't make you want to look Ja, fahren aufheben, Captain is down Up Ich glaube, wir müssen zurückziehen What are we doing? Jetzt kommt er Fahne Fahne Rechts ist einer Ich hole die Fahne Soll ich sie zurückziehen? Captain, soll ich sie zurückziehen? Nimm die scheiß Fahne Ich zieh mich zurück der Fahne 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 Ich bin wieder da, Guy Ja Deswegen schreie ich mit dir Bajonett Shipman In die Schlacht Ach du Scheiße Oh, komm, das könnte man vielleicht sogar noch ganz knapp schaffen, falls wir diesen... Bajonett drauf machen und run Bajonett ist drauf Komm Lina, du auch noch das Bajonett Los, 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 los So, und jetzt In Keilformation Vorwärts 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 Bildet einen Panzerkeiltiger nach vorne Genau, keine Fahne aufnehmen Wir versuchen uns irgendwo rechts entlang zu sneaken und einfach den Cap aufzuhalten oder den in die Flanke zu fallen Weiter rechts Irgendwo hier muss der Cappoint zählen Oh Scheiße Oh, oh shit, charge Feuer, Feuer Aufmerksamkeit 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 Sori bro Tata Sehr schön Japp maximus Ticket . Sori . . . . . . Vielen Dank.